Ja, willkommen zurück zu Angry Birds Star Wars, yeah, Cloud City kam endlich aus für PC und los geht's, fangen wir ja schon zu schweben. Boba Schweini! Okay, los geht's. Landowirds! Haha, ich hab nicht verraten. Ganz zuversichtlich nicht. Wir warten. So, los geht's. Jetzt haben wir so Schwedenplattformen. Halt's gut aus. Wollen wir mit den... Oh, oh. Ah, Solo Birds. Prats. Ja, das ist ganz schön schief. Könnte man aber besser machen. Prats. Achtung! Okay. Nach oben, auf geht's. Ja, Achtung! Ja, okay, mal gucken, was es für Sterne gibt. Bitte, gib gute Sterne. Ein Stern. So, haben wir gleich noch, ne? Kann aber woher die Quase eingehen. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Vielleicht so? Ja. Oh. Nein, das ist überlebt, du Dreckschweine. Bastard. Und... Yes. Das... Das könnte gut sein. Komm! Oh, zwei Sterne reichen. Nicht. Was geht denn hier ab? Und Rauchhaus? Im Boden auch. Aha. In der Glashütze sitzen die also. Und wir können mit unserem Fettig auch schon... Bamm, Alter, Alter, richtig geil. Chewie, du geile Sau! Noch mal. So, Antrieb, Chewie Bird. Chewie... Scheiße! Chewie, du Bastard! Chewie, du verdammter Bastard, du! Also... Okay, du... Krass. jawohl jetzt gesessen ja freut sich einer knuff knuff von der nase hinein oh ja das macht schon sie ist ja richtig so spieler spieler könnte sogar mit einem mal versuchen es zu schaffen nur gerade ausfallen ganz gefasst aber jetzt noch mal richtig so kommt da ist die hütter der arme verschwunden du armer kleiner pferd du fetter mobs lea hört mit der laserfernbedienung ja wieder mit dem anziehen vielleicht das hat sie hat sie stärker die auch hat die fressen raus runter auf cloud city zurück 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 nein schweißer 310 sterne okay das ding brauchen wir da unten das brauchen wir unbedingt dass wir mit fünf so dingen boba fett freischalten können die der witz mit dem vielleicht ein schweini fett schwein die fett die einsamen schweinchen ich habe mich selber noch an nein 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 guckt ja den habe ich nicht gekriegt ja das war echte acht bau ja ein bisschen höher so wie jetzt gerade eben und fehl die rechte rach rach 9 in den p.m. nur nur Nein, das ist doch vorbei. Und da kommt der Backflip. Und der Kultus runter und und runter. Halt die Fresse. Ach, verrückt mit dem Arsch. Ach ja, Lieutenant Agbaria Babamba hat's überlebt. Drecksau. Jep, das war scheiße. Ich muss es irgendwie schaffen, da hochzukommen, aber ich habe keine Ahnung wie. Oh, der fuck. Wir schaffen es. Ja, finished, Quante. Super, off-the-action, Superstar. Ja, und es ist wieder der, der überlebt. Immer der Speckkopf. Ich bin da wieder der Speckkopf überlebt, immer. Immer der Speckkopf. Fail. 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 Boberfett, wir brauchen dein Jetman. Kommen wir hin. Rats. Wir wissen nicht, wie man da hochkommt. Er läuft für uns. Boberfett. Kommen. What the fuck. Punkt. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das geht's ja nicht. Hä? Hä? Oh, die überleben ist immer, die Schweine. es bringt nichts ich muss nicht überlegen stimmt so habe ich das vielleicht weiter unten nein mach mann weg achtbar weg platz ist auf seinen kopf nein du dreck sau du elendige dreck so ist so ein baster ist so ein nacker jawohl ich zieh dich jetzt ins nirwano gespacken na hier ist kommt boba fett boba fett ist nicht nein ist aber trotzdem hier kurz mal das ding ist hier unten holen ich weiß nur nicht wie ach doch den ranz sie wussten sie haben es Du! Huuu! Komma! Weck gelasert! Leck! Ach! Bau! Loll! Gut kommt auf weh du! Jetzt bist du! Bratz! Bratz! So, weiter geht's zum Teamlevel. Okay, jetzt sieht spektakulär aus. Spektakulär aus. Spektakulär. WTF? Ist das? Okay, lass uns das erstmal ausprobieren. Echt spektakulär hier. Hm. Runter! Danke für diese guten armen Hund, der gefreut ist. Runter, runter, runter. Denkst du? Dür mich verarschen, hm. Ja! So, bist du mal gekommen? Aua. So, eine Verarsche. geht doch noch besser oder oder hier drauf ja wohl heute jetzt aber eigentlich 100 prozent alles geschafft drei sternen bitte was soll das sein wow gas jangle krass oh ja ja aber das kann man noch besser machen so weiss abbiegung abbiegung biegung oh und nach hinten aus den weggefeuert ja ja das war's mit der folge bis zum nächsten Mal mit Star Wars Ciao ciao